Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Einfache Schaltkreise besprechen wir. Das letzte Mal haben wir über die Serien- oder Reihenschaltung gesprochen und da habe ich schon erwähnt, das ist ja nicht das Einzige, wie ich zwei Widerstände irgendwie kombinieren kann. Ich kann nämlich diese zwei Widerstände auch nebeneinander hinlegen, so dass sie praktisch die zwei gleichen Punkte miteinander verbinden. Das macht manchmal Sinn. Also zwei Widerstände, nebeneinander. Man sagt dann auch nicht nebeneinander Schaltung, sondern weil sie parallel zwei Punkte miteinander verbinden, ist das eine Parallelschaltung. Also wir werden heute über die Parallelschaltung sprechen. Parallelschaltung. Ich zeichne das, was ich da mit den zwei Widerständen so symbolisch hergelegt habe, wieder auf. Müssen wieder keine Widerstände sein, können auch irgendwelche Verbraucher sein oder sonst irgendwas. Also da haben wir eine Verbindung und da haben wir einen R1 und da haben wir einen R2 und diese zwei verbinden die gleichen zwei Punkte miteinander. Das ist nämlich das Wesen einer Parallelschaltung. Also da haben wir einen R1 und da haben wir einen R2. Natürlich kann ich mir wieder die Ströme einzeichnen. Hier habe ich einen I1 Hier habe ich einen I2 Durch die Gesamtschaltung fließt der Gesamtstrom I mal wieder genau so wie bei der Serienschaltung. Dann zeichnen die mir da U1 ein. Dann zeichnen die mir da U2 ein. Da gesamt haben wir U dran. Passt. Das ist jetzt eine Parallelschaltung mit Symbolen nachgebaut. Und jetzt überlegen wir, was da passiert. Schauen wir uns einmal die Spannungen an. Welche Potential haben wir da? Da habe ich, sage ich mal, Phi 0. Darüben habe ich Phi 1. Und dazwischen die Potentialdifferenz ist U. Welcher Potential habe ich gleich hier? Wir haben gesagt, diese Leitungen sind ideal. Und da gibt es keine Potentialdifferenz. Da gibt es keinen Potentialverlust. Da gibt es keine Spannung. Das heißt, da habe ich genauso Phi 0. Und da habe ich genauso Phi 1. Und auch hier habe ich Phi 0. Und hier habe ich Phi 1. Weil das Potential dieser ganzen Leitung hier ist eben Phi 1. Und das Potential dieser ganzen Leitung hier ist eben Phi 0. Das bedeutet, alle Spannungen in einer Parallelschaltung sind gleich. Das heißt, das U ist genauso groß wie das U1. Und das ist genauso groß wie das U2. Wie groß auch immer das ist. Aber in einer Parallelschaltung sind alle Spannungen gleich. Alle Spannungen sind gleich. Alle Spannungen sind gleich. Und wenn wir die Masche 1 und so anschauen, fangen wir da an. U2 minus U1 ist gleich 0 Volt. Daraus folgt, U1 ist gleich U2. Kommt ins Gleiche heran. Ist ja logisch, weil bei der Maschenregel haben wir auch gesagt, ja, das sind die Potentiale. Und wenn ich wieder zurückkomme, habe ich das gleiche Potential und so weiter. Gut, schreiben wir wieder das Ohmschulgesetz auch an mit meinen Strömungen und Spannungen. Also U1 ist gleich, da haben wir ein R1, mal I1 und U2 ist gleich, natürlich der R2, mal I2. Und das ist U, das ist genau gleich. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel I1 ausdrücken wollen, I1 ist gleich U, jetzt schreibe ich nur mal U, weil es ja U ist, dividiert durch R1, I2 ist gleich und wieder U dividiert durch R2. So, und dann schauen wir sich den Knoten da an. Da haben wir eine Knoten. Knoten 1. Wenn wir uns die Knotenregel am Knoten 1 anschauen, was rennt hinein? I, rennen Sie uns noch was ein? Na, ist gleich I1 plus I2. So, jetzt setze ich das da ein. Das heißt, mein Strom I ist gleich I1 ist U dividiert durch R1 plus I2 und das ist U dividiert durch R2. Jetzt kann ich nur noch U herausheben, das ist U mal 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und wenn ich jetzt wieder aufs Ohmsche Gesetz will, kann ich sagen, das ist U mal 1 durch R, wobei R der Gesamtwiderstand ist. Das heißt, 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Ich kann also auch meine zwei Widerstände hier in der Parallelschaltung durch einen Widerstand ersetzen. Zeichnen wir nochmal auf. Ich ersetze den also durch R. R. Da haben wir die Spannung U3, genau, das gleiche. Da haben wir die Spannung U3. Es rennt der Strom I durch. Und es gibt natürlich das Ohmsche Gesetz. Und dieses R. Wie rechnen wir das aus? 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3, wenn einer hier wäre, plus und da geht es schon dahin. Das kommt da raus. Das haben wir gerade gezeigt. Jetzt kann man sagen, ja puh, das mit dem 1 durch, das schaut ja ganz komisch aus. Aber man kann es sich natürlich auch logisch überlegen. Wir haben nämlich auch einmal etwas vom Leitwert gehört. Wir haben auch einmal etwas vom Leitwert gehört. Und der Leitwert G ist der 1 durch R. Das heißt, Tester ist im Prinzip Welche Wort nehmen wir da? Tester? Tester ist im Prinzip G. Das ist der Leitwert von dem 1 durch R. Tester ist gleich der Leitwert vom E1, G1 plus G2 plus G3 plus und so weiter. Das schaut schon wieder logisch aus. Warum ist das so? Stellen wir uns das mit Straßen vor. Wenn das eine Ortschaft ist und das eine Ortschaft ist und ich verbinde das mit zwei Straßen und die haben beide eine gewisse Breite, eine gewisse, wie gut es heute geht dort auf der Straße, wie schnell oder was weiß ich, dann ist natürlich, kann da, können da Autos fahren, können da Autos fahren und in Summe können mehr Autos fahren. Das heißt, was addiert wird, sind die Leitwerte. Die Leitwerte werden addiert, da geht es schon dahin. Das heißt aber auch, der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung wird immer kleiner. Ist auch logisch. Weil wenn ich daneben einen anderen Weg aufmache, ist er auch noch so klein, ja dann geht es besser durch. Also das sind die zwei Formeln der Parallelschaltung. Ich kann also auch eine Parallelschaltung ersetzen durch einen Widerstand. Und wenn ich das geschickt mache, Serienschaltung ersetzen, Parallelschaltung ersetzen, dann kann ich ein ganzes Widerstandsnetzwerk zusammenfallen lassen auf nur einen Widerstand. Das ist, warum ich das mache. Weil den einen Widerstand, den gibt es ja nicht. Der verholt sich nur genauso. Nächstes Mal werden wir dann über, ich meine, da sagen wir immer, es gibt da Spannungen und so weiter, wo die herkommt, wissen wir doch nicht. Deswegen nächstes Mal reden wir über Spannungsquellen. Spannendes Thema. Ideale, reale Spannungsquelle. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.